Das hat schon was für ein Achtel rausgekommen. Zehnmal besser als beim Tesla. Du bist halt die 1111 PS. 118 Kilowattstunden Batterie. Ich fühle mich gerade wie so ein Verkäufer. Das ist einmal der Kofferraum. Kaufvertrag gibt es gleich im Anschluss. So und damit hallo und herzlich willkommen beim heutigen Verkaufsvideo von Daniel Abt. Das hier ist ein Lucid Air in der Dream Edition, Leute. Das ist ein amerikanisches Auto. Kommt aus Kalifornien. Hat 1111 PS. Ihr habt gerade schon die erstaunten Gesichter gesehen. Das ist einmal der Kofferraum. So, eigentlich noch spannender. Das ist wie der Porsche Kofferraum. Das ist nicht wie der Porsche Kofferraum. Ja, gerne, ja. Also, ihr eignet sich als Verkäufer. Ja, ich meine, ich kriege gerne noch meinen Gesichter. Wir können gerne noch das. Wir können gerne noch ein paar Provisionen ausmachen. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Provisionen dann. Das ist super, ja. Das ist wirklich echt ein Top, Top-Auto. Das kann man nicht anders sagen. Das ist der Angriff auf die Luxus-Brands, die elektrisch unterwegs sind. Also direkte Gegner natürlich sowas wie ein EQS. Denkt man erstmal, können das die Amis? Aber ich muss sagen, was ich bisher gesehen und erlebt habe, können die, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Das ist in vielen Dingen auf jeden Fall eine sehr große Ansage. Wir haben ihn heute in einem ganz dezenten Gold. Diese Farbe gibt es nur in der Dream Edition. Das ist natürlich schon auch gewagt. Also jetzt in der Sonne schaut es auf jeden Fall richtig gut aus hier in dem Setting. Ich finde, es passt wirklich top dazu. Ihr habt gerade schon gesehen. Wir haben jede Menge Stauraum auf jeden Fall, sowohl vorne als auch hinten. Das Auto hat zwei Motoren verbaut, einmal auf der Vorderachse, einmal auf der Hinterachse. Es gibt tatsächlich wahrscheinlich bald noch eine andere Version. Das heißt dann Sapphire Edition. Das wird drei Motoren haben und dieses Auto kann Folgendes. Also er lässt einfach mal einen Tesla Model S Plaid und einen Bugatti ganz, ganz weit hinter sich. Würde man nicht glauben, weil es ist ja eigentlich kein Racing Auto. Es ist schon eher ein Luxuswagen, der, glaube ich, so ein bisschen die Mischung aus, man kann cruisen, man kann ganz gemütlich fahren, aber man kann eben auch ballern, was wir gleich ausprobieren werden. Der hat einen Rekord schon gebrochen und das ist der Luftwiderstand. Der ist noch niedriger als beim EQS. Das war bisher der Spitzenreiter. Jetzt ist das Auto hier in der Champions League, was das angeht. Von außen finde ich, ist er insgesamt trotzdem irgendwie, er hat Klasse, aber er ist jetzt nicht so auffällig, er ist nicht so brachial, dass man hinschaut und denkt, okay, das ist irgendwie komplett übertrieben. Aber ich glaube, das will man eben auch nicht sein, sondern wirklich eine ganz spezielle Zielgruppe ansprechen. Aber worauf sie da ganz besonders stolz sind bei diesem Auto ist der Innenraum. Und das hat schon seine Gründe, muss man sagen, weil das Platzkonzept in diesem Auto ist tatsächlich ziemlich geil gemacht. Man hat nämlich, um euch mal so ein bisschen Idee zu geben, man hat hier ungefähr die Maße von einem Audi A6, aber, so sagen sie es, man hat hier den Innenraum von einem A8L. Und das ist natürlich schon wirklich eine Ansage, der ist sehr, sehr hochwertig verarbeitet, dieser Innenraum. Du siehst keinerlei Plastik, du hast verschiedene Materialien, von Alcantara bis hin zu Stoffen, alles farblich abgestimmt. Das gibt es in verschiedenen Sets auch, also fünf verschiedene Farben, sowohl für Außen als auch für Innen. Das hier erinnert sehr stark an Porsche, finde ich. Ich nehme mal die Cam hier rein. So, so sitzt man jetzt hier drin und es kommt einmal hier Glas, 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 Glas bis nach hinten durch. Alles ist komplett aus Glas. Also auch das hier schon irgendwie sehr cool gemacht. Taugt mir auf jeden Fall sehr. Display einmal hier, der kann auch noch wegfahren. Und dann war das wieder hier draufdrücken, dann kommt er wieder. Guten Tag. Das Platzangebot ist wirklich krass. Das ist ein riesen Teil, man sitzt hier wirklich geil drin. Taugt mir sehr, bin ich echt überrascht. Das ist, das ist cool. Und dann gibt es auch noch so kleine Details, wie zum Beispiel das hier. Nehm ich das, schau mal, die Farbgebung, die wir jetzt hier in dem Auto haben, ist nämlich quasi angelehnt an Santa Monica California. Diese Location, da sind Längen und Breiten gerade quasi mit drauf. Und da hat man dann zu einer gewissen Uhrzeit sich gesagt, okay, da gibt es eine gewisse Farbwelt und die wollen wir hier im Auto haben und davon lassen wir uns inspirieren. Aber tatsächlich bin ich selten einer, der hinten sitzt, sondern meistens einer, der vorne sitzt. Und wenn jemand mir sagt 1111 PS in einem Elektroauto, dann finde ich, ist das etwas, das man erleben muss. Deswegen schnallt euch an, kommt auf den Beifahrersitz, jetzt drehen wir eine Runde. Was ist das? Was ist das? Was ist das, was ist das? Ich denke, es ist eine neue Weg. Wir sehen es mit anderen Branden. Ja, es ist so viel besser, in einer Spiel wie dieses, sondern in einem großen, schickten Ort, in einem großen, schickten Ort, in einem großen Motorrad zu haben. Das ergibt ein besseres Gefühl für eine Brand. Siehst du jetzt, was ich sehe eigentlich da vorne? Boah, ich wäre jetzt gerne da irgendwie. Vielleicht steigt jetzt mal ein schönes Mäuschen ein und sagt Hallo. Das wäre ein guter Spot dafür. Das liegt an dir, wen du als Beifahrer. Ach so, ja, man kann es sich nicht mehr ausruhen im Leben. Ich kann die Rücksitze dann zum Beispiel auch umklappen, dass man da einfach mal ein bisschen Vorsicht, dass man genau das darstellen kann, dass das Surfboard zum Beispiel reinpasst. Jetzt nehme ich dich mal mit nach vorne. Man will automatisch, so will man hier die Tür anfassen. Wir laufen jetzt sogar durch die Tür. Oh shit! Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, dass ich doch nicht in Kalifornien bin. So, wir haben eine nice wide 5K-Scrine. Das erinnert mich ein bisschen an Porsche. Das ist nicht schlecht. Nein, es ist nicht eine große Comparation. Aber es ist natürlich eine ähnliche Form. Und was wir auch versucht haben, ist, dass wir ein paar physische Button haben. Also, außerhalb von anderen Comparatorn, ist es eine große zentrale Umgebung, wo man alle die Kontrollen machen muss. Es ist ein Mix von beiden. Das ist eine schöne kleine Funktion. Okay, du hast mich an dieser Stelle. Zwei Sachen, die mich natürlich interessieren. Erstens, wie gut ist die Beschleunigung? Das ist einfach das, was man wissen will, wenn man schon so viel Leistung hat. Das ist natürlich eine Ansage. Aber auch, wie ist so der Mix aus Komfort und trotzdem sportlichem Fahrgefühl? Weil da wurde ja natürlich viel versprochen. Bis hierhin. Wir haben jetzt das Auto in Drive Mode Smooth. Und ehrlicherweise ist es auch sehr smooth. Also ein total angenehmes Dahingleiten. Man hört das Surren des Motors. Nicht sehr laut, aber es ist doch präsent. Ich würde fast sagen, ein bisschen präsenter als im Tesla. Was mir direkt aufgefallen ist, die Rekuperation ist sehr stark. Also wenn du vom Gas gehst, das fühlt sich wirklich an wie ein ordentliches Abbremsen. Was natürlich gut ist, weil wenn man viel rekuperieren kann, ist das effizient. Macht absolut Sinn. Man muss aber als Fahrer sich schon ein bisschen darauf einstellen, dass man nicht zu früh vom Gas geht, weil das Ding sonst abbremst. Und du eigentlich schon viel zu früh. Traffic clear, sagt er mir jetzt. Weil du viel zu früh sonst zum Stehen kommst. Hast du gesehen, eine tote Winkelkamera? Wenn man jetzt blinkt, schau. Zack. Das ist schon geil, ne? Das sind so kleine Spielereien. Das sind die Kameras, die links und rechts in den Spiegeln sind. Generell, was auffällt, ist viel Platz so, ne? Man hat richtig das Gefühl, man kann sie hier komplett breit machen. Also auch wenn ich jetzt noch ein paar Kilo mehr auf den Rippen hätte, wäre das komplett entspannt hier. Also das ist wie wenn die Tür noch einem so ein bisschen mehr Space hier gibt. Das finde ich total nice auf jeden Fall. Das Auto fährt sehr smooth, sehr komfortabel jetzt auf den ersten Blick. Lenkrad ist optisch, ich finde es okay. Ich finde es jetzt kein Oberhighlight, aber es ist auf jeden Fall schön beledert. Es ist gut in der Hand. Es tut, was es soll. Man hat noch Knöpfe. Auch das glaube ich ganz gut. Also hier so dieser Mix aus ein paar Knöpfen, die laut und leise machen. Einfach so. Das war eine ganz geile Playlist eigentlich, die da drin ist in diesem Title. Ich habe das noch nie benutzt, aber ich muss die Lieder mir noch alle noch einmal rausholen. Geile Soundanlage drin, also man kann schnell laut und leise machen. Finde ich besser, als wenn man das hier im Touch machen muss. Jetzt würde ich sagen, machen wir einfach mal die erste Stufe. Gehen mal in den Drive-Mode Swift. So, erinnert sich hier was in der Anzeige. Das war kein Vollgas oder so. Und das ist noch nicht die volle Powerstufe. Das war aber schon gar nicht so. Das war jetzt schon. Irgendwie hat das schon gut reingekickt. Also direkt natürlich das Auto deutlich aggressiver am Gas tatsächlich. Also vorher kann man wirklich komplett easy cruisen. Jetzt, wenn ich reintrete, ist es relativ schnell schon ordentlich am Angasen. Auch die Lenkung ist direkter. Also das merkt man auch. Insgesamt also alles ein bisschen straffer, wie man das eigentlich so kennt. Aber es fühlt sich trotzdem noch sehr komfortabel an. So das Fahrgefühl, wie es vor sich hingleitet, ist für mich auf jeden Fall was sehr Positives. Das ist bei einem Auto dieser Klasse natürlich genau das, was man auch haben will. Man möchte ja so das Gefühl haben, man cruised vor sich hin. Es ist entspannt, das Fahren. Es ist angenehm und das tut's auf jeden Fall. Und wenn jetzt gleich der Verkehr weg ist, dann probieren wir aber nochmal was anderes aus hier. Und kennst du gar nicht so dieses harte, richtig harte Punch? Richtig hart nicht mehr. Das ist was sie gesagt. Das sind mir die liebsten Drehs tatsächlich. So, Sprint Activation. Maximum Power and Torque. Machen wir. Ja, passt. Junge ist das schnell. Mal einen Bremscheck machen. Also Bremsen zehnmal besser als beim Tesla. Definitiv. Weil bei meinem Tesla, da denke ich mir echt so auf dieser Bremse, das ist einfach eine Vollkatastrophe. Das ist fast schon zu gefährlich. Das fühlt sich gut an hier. Aber da ist auch schon so viel Rekuperations-Power da. Du brauchst gar nicht mehr viel Bremse. Aber die funktioniert auf jeden Fall. Und das Auto ist schön in einer Spur stabil. Konstantes Bremsgefühl auch. Ist ja auch immer wichtig, dass so die Abstimmung zwischen Rekuperation und Übergang in Bremse, dass das in einem smoothen Übergang quasi passiert. Sonst hat man ja so Huckler quasi, wenn es einsetzt. Aber das fühlt sich echt gut an. Ich finde es auch wirklich so geil. Egal wo man hinschaut, es schaut gut aus. Also es gibt keine Ecke. Ich suche die ganze Zeit so nach so einer Ecke in dem Auto. Wo ich mir denke, das gefällt mir nicht. Aber hier habe ich die ganze Zeit das Bedürfnis. Ich würde dann die ganze Zeit so hinlangen. Und irgendwie das Leder und hier ein bisschen das Alcantara und dann diese Oberfläche nochmal so. Dieser ganze Materialmix macht es auch echt hochwertig. Bis vorne hin, alles, jedes Detail ist sauber. Ja, das gefällt mir echt gut. Ich würde gerne irgendwas so ein bisschen kritisieren gerade. Aber ich tue mir schwer. Ich möchte so ein bisschen Massage, damit du dich besser fühlst jetzt. Was hättest du denn gerne? So ein, ich muss mal schauen, Stretch, Deep. Deep ist gut, oder? So richtig zack. Ich mache den Bauch mal an, ja. Oha. Oh ja. Ich kriege ja meinen Arsch massiert. Links und rechts. Aber gut, tatsächlich. Wir machen mal kurz Pause. Der liegt halt auch noch wirklich gut auf der Straße, ne? Für das Gewicht. Die Einzigen, die das Gewicht wirklich deutlich besser natürlich kaschieren können, ist ein Porsche. Das ist, carwärts technisch und so ist das immer unschlagbar. Das hat man jetzt hier nicht. Aber es ist natürlich auch ein bisschen mehr auf Cruising angelehnt, ne? Also, ich glaube nicht, dass jemand mit dem Ding jetzt auf die Neuschleife geht oder irgendwo versucht, übertrieben ums Eck zu brettern. Das machen wir halt, weil wir es gewohnt sind mal, um es einfach auszutesten. Aber ich finde, für das, wie komfortabel das Auto auch fährt und wie entspannt man damit cruisen kann, hat man trotzdem noch so dieses angenehme, sportliche Lenkgefühl. Es ist nicht so schwammig. Auch definitiv besser als im Tesla. So, also, Launch Control haben wir natürlich auch. Dafür sind wir jetzt im, ja, Sprint Modus. Da haben wir alles schon richtig eingestellt. Dann müssen wir jetzt hier Bremse drücken, wie immer, Gaspedal. Schau dir das an, dann kommt hier Launch Mode Activated. Ein kleiner, ein kleiner blauer Bär und dann... Das hat schon was von Achterbahnfahren auf jeden Fall. Das macht echt, echt, echt Laune. Das schiebt so geil nach vorne. Das ist schon herrlich. Und das einfach in so einem Limousinen, Luxus-Limousinen-Bomber. Einfach herrlich. Ein absolutes Träumchen. So, jetzt gehen wir das Auto wieder zurück. Hier mitten in der Stadt. Wir wurden auch schon mal gerade schon richtig schön angetöpelt. Deswegen machen wir ein schnelles Outro. Geiles Auto. Wirklich eine ganz, ganz tolle Experience. Bin sehr beeindruckt von vielem. Wer sich das anschauen will, München, Odeonsplatz. Hier ist Cupra-Store, da ist Lucid-Store. Schaut beide an, lohnt sich auf jeden Fall. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder, bevor uns jetzt der Bagger überfährt. Ciao.